Es geht weiter mit Rätselraten. Ja, ich weiß, dass diese braune Kacke ähm, portalfähige Flächen erzeugt. Würde ich jetzt mal nutzen. Oh, falsch. Oh. Hm. Blup. Okay. Scheinten muss ich hier färben Nach der Fläche zu beurteilen Müsste ich noch da Wow, es geht schnell Hm, da ist Weiß machen Wahrscheinlich muss ich mich mehrmals so fallen lassen Ja, alles Beweis machen Vielleicht sag ich jetzt nicht viel, weil Äh, ist mir schon etwas komisch jetzt Hm Kann ich mich auch irgendwie rübersausen lassen Oh, da, da kam ich ja schon Kam ich ja her Okay, dann machen wir das mal jetzt Hm Wow Cave Chancen rastet aus Okay, dem geht's wohl nicht mehr gut Der hat wohl die Demenz Jetzt ist es offiziell Man, wieso geht das jetzt nicht So, ich habe die Ingenierungen figuring das jetzt Brain Mapping Artificial Intelligence Wir sollten es arbeiten 30 Jahre Ich sage das Das muss so weit wie möglich sein Das muss so weit wie möglich sein Okay, es müsste jetzt klappen Hm Das muss so weit wie möglich sein Nein Dong 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 was ich wollte hier lang hüpfen das war mal oben einen dann unten jetzt geschafft Hm, was ist da drin in diesem Container-Ding? Das war ziemlich schwierig. Ach, wieder nix. Exit. Thank you for volunteering. Ach, das war so... Freie Arbeit. Oh. So, ich bin jetzt gleich ganz oben. So, noch weiter nach oben, ne? Wie immer. So, ich bin immer sicher, wie es ein Sniper mit der Portal-Gun. Oh, ne, das ist nur eine Leuchte. Hm. Ah. Jetzt weiß ich's. La, 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 la. Mist. Ich brauche mehr Schwung. Ne, das geht so nicht. Ich brauche noch viel mehr Schwung. Von wo? Es geht nur von da. Ja, geschafft. Yes. Hm. Kaka, kaka, kaka. Hm. Ah, ja, er soll noch, noch tiefer springen. Aber wie? Ah, ich bin da klar. Boing. Hm. Geh, jetzt stecke ich ein bisschen in der Tinte. Ich komme jetzt nicht... ...gerade so... ...ah, weiter. Da, doch. Jetzt habe ich's. Hab's... Ich hab's geschafft. Yay! Ja, geschafft, geschafft. Wie viel Zeit habe ich noch? Oh, okay. Ist noch genug Zeit. Ich weiß, wie viel Zeit ist. Hm. Ah, da ist schon der Ausgang. Ah, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich wieder Wie komme ich denn jetzt aber wieder runter? Mist Mist Ach, ja, 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 ja Ich weiß, ich weiß Nee, ich weiß doch nichts Ah, ja, ich hatte was mit den Wänden auf sich Da und da runterspringen Tja Muss ein bisschen warten Bis diese ganzen wenigen Kleckse Genug Platz Äh, ich meine Ja So, ich habe eine Fläche gemacht, die Abstoßent wirkt Und Woher jetzt denn? Hm, das sieht mir verdächtig aus Aha Hab's geschafft Und jetzt kommt noch so ein Rätselraten Mit Wasser Und Schwarzen Äh Orangen und blauen Gel Ich weiß schon, was du machen willst Nee, das ist kein Wasser Das ist weißes Gel Entschuldigung Ah, ich weiß, was zu tun ist Ich weiß, was zu tun ist Das ist mir alles voll Klecksen Hm Ah, ja Jetzt Ähm Ähm Ah, nee Erstmal weiß Erstmal weiß Damit ich da so eine Fläche machen kann Dass ich da ein Portal machen kann Damit diese Das blaue Gel da Unten hier dran kommen kann Äh Hm Okay Okay Jetzt muss ich wieder runter Ups, falsch Ja Ja, und Yay Geschafft Och, Menno Ach so Sehr einfach Nochmal da durch Und Schand Muss ich da Ah Ja Ah Wow Hoho Das geht aber schnell Oh, ja, da. This way up. Ach, da geht's nach oben. Oh, gut. Oh, jetzt ist wieder still. Ach, in der Ruhe liegt die Kraft. Und auch in der Ruhe liegt die Würze. Hm? Ach. Part wieder vorüber. Wir sehen uns im nächsten. Und dann Dorf. Vielen Dank.